Liebe Freunde, wir haben einen freien Platz im Awesome People Team und vielleicht suchen wir dafür genau dich. Denn unser aktuelles Hauptprojekt, das wir hier gemeinsam mit euch wuppen wollen, ist das allererste Awesome People Space in Berlin. Das Projekt ist so großartig angenommen worden und alle sind da pumpt und haben Bock drauf und wir genauso und deswegen wollen wir das jetzt angehen. Und um diesen Prozess für jeden von euch da draußen zu dokumentieren, suchen wir Unterstützung. Und zwar, wir suchen einen Filmmaker für unser Team, der tagtäglich den Prozess der Entstehung des Awesome People Spaces dokumentiert. Fest im Team mit dabei, fixes Gehalt und bei uns vor Ort jeden Tag in Berlin mit am Start, gemeinsam wohnen, gemeinsam arbeiten, gemeinsam Gas geben. Mit Tom, mit Teresa, mit Coco und mit mir und vielleicht mit dir. Das ist dann unser Fünferteam, mit dem wir das Awesome People Space angehen wollen. Was bekommst du? Eine unfassbar steile Lernkurve, krasse, krasse Kontakte und die Möglichkeit, etwas mitzugestalten, was in den nächsten 10 Jahren riesig sein wird. Wenn wir in 10 Jahren weltweit unterwegs sind und genau du dann das Erste Awesome People Space mit erschaffen hast, ist das eine ziemlich, ziemlich krasse Nummer, wie ich finde. Außerdem ist es kein Freelance-Setting, sondern du arbeitest tagtäglich mit uns zusammen, lernst richtig viel, bekommst all die ganzen Dinge, die hier entstehen, tagtäglich aufs Brot geschmiert. Und ja, das wird eine geile Zeit, das wird eine richtig, richtig geile Zeit. Was wollen wir dafür? Was ist uns wichtig? Im Prinzip zwei Skills, die ineinander greifen. Erstens, du musst Bock haben auf all die filmerischen Dinge, schon die ersten Vorerfahrungen gehabt haben, mit der Kamera gerne unterwegs sein, gerne Videos schneiden und zweitens dir tagtäglich den ganzen Content aus den Themen Business und Persönlichkeitsentwicklung reinziehen. Also im Prinzip bist du den ganzen Tag mit der Kamera unterwegs, dokumentierst alles, was hier so entsteht, hinter den Kulissen und schneidest dann daraus ein kurzes, knackiges Video. Also quasi die beiden Fähigkeiten, Storytelling, Bock auf Storytelling und darin ein Stück weit ganz gut sein und zweitens die Fähigkeit zu priorisieren und dann aus so einem 30-minütigen Gespräch, was jetzt hier irgendwie entstanden ist, dann die Essenz, das kurze, knackige Nugget rauszuziehen. Das sind die beiden Dinge, Storytelling und die Fähigkeit zu priorisieren. Außerdem solltest du ein Teamplayer sein, denn wie gesagt, wir sind tagtäglich gemeinsam unterwegs und es funktioniert nur, wenn wir alle krass an einem Strang ziehen. Du solltest gerne und viel mit Menschen unterwegs sein, denn das wird auf jeden Fall passieren, denn im Ideal verarbeiten wir auch über die Errichtung des ersten Awesome People Spaces hinaus, bis hin dann zur Awesome People Conference 3, die dann im Herbst an den Start gehen wird, bis Ende des Jahres, vielleicht auch länger. Also im Ideal versuchen wir jemanden, der wirklich langfristig unser Team da ergänzt und hier gemeinsam mit uns am Rocken ist. Also, wenn du Bock hast, schick uns eine kurze Videobewerbung, zwei bis drei Minuten, ganz kurz, ganz knackig. Erstens, wer bist du und warum willst du unbedingt dabei sein und zweitens, warum bist du der perfekte Mann oder die perfekte Frau für den Job. Wir sammeln jetzt bis Ende der Woche alle Bewerbungen, bis Sonntag den 14. Dann fangen wir an, die ersten Gespräche zu führen und im Idealfall geht es dann direkt schon irgendwie übernächste Woche los. Also wir wollen da wirklich Nägel mit Köpfen machen und wollen so schnell wie möglich in die Execution kommen und dafür brauchen wir genau dich. Also wenn du Bock hast, nach Berlin zu kommen, gemeinsam mit uns unterwegs zu sein, krass viel zu lernen, krass viele Leute kennenzulernen und einfach eine mega geile Zeit zu haben und dafür aber auch einiges zu investieren, dann melde dich bei uns. Hallo at robertgladitz.de, schick uns ein kurzes Video und dann bist du vielleicht bald in unserem Team dabei. Wir freuen uns auf dich.